Herzlich Willkommen, meine lieben Abonnenten! Heute zur kleinen Ankündigung, und zwar ist diesen Samstag, ja, am 11.11., da ist der XXL Tuber Day im Moviepark Bottrop Kirchhellen. Und da seid ihr natürlich herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Für ein Zwanni kommt ihr da rein in den Park und, ja, da kommen natürlich ein paar YouTube-Größen. Commanderkrieger, Jan Winter von 61 Minuten Sechser, Jimbo XXL und ich bin natürlich auch am Stüssel. Also, wenn ihr uns sehen wollt, mal so live in Farbe treffen und ein bisschen mit uns quatschen wollt, kommt einfach mal dahin. Da sind auch noch ein Haufen andere YouTuber, die euch wahrscheinlich gefallen werden. Müsst ihr einfach mal unten in die Beschreibung gucken und ansonsten mal auf dem Kanal vom Jimbo XXL. Gut, das war's auch schon an Ankündigung. Ich würde sagen, wir sehen uns dann Samstag. Macht's gut, haut rein und ciao mit V.